Ja, sehr, sehr eindrucksvoll auf alle Fälle. Allein diese Größe der Räume und die Hängung der ganzen Bilder ist an sich sehr eindrucksvoll. Und in dieser Massierung sieht man Werke ja auch sehr selten. Und es ist durchaus sehr impressiv, wie die Entwicklung so nachvollziehen ist, nachzuvollziehen ist. Und selbst wenn man kein, so wie ich jetzt, kein genuiner Baselitz-Fan ist, muss man sagen, dass die Ausstellung nochmal ganz neue Aspekte zeigt und die Vielfalt des Künstlers auf hervorragende Weise dokumentiert.